Und nun, meine Damen und Herren, habe ich noch einen wunderschönen Ausklang für Sie. Wir bleiben ethnisch uns treu, geboren, aufgewachsen, Sie sind im Südosten der Türkei, aber Sie pflegen seit Jahren den orientalischen Tanz hier in Deutschland. Das von Ihnen ins Leben gerufene Tanzfestival heißt Merhaba. Stimmt das? Ja. Das heißt willkommen. Merhaba Fatima Serin und Servus. Das heißt willkommen. 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 Das heißt willkommen.